So, ich muss da mal was aufbauen. Es klappt tatsächlich. Es klappt tatsächlich. Ist ja ein Ding. Da haben wir auch die Taschenlampe. Und irgendwas mit F. Guck mal, wenn die Steuerung mal schön erklärt werden, dann hätten wir das vielleicht schon mal gesehen. Wir haben sogar eine Mappe. Guck mal. Guck mal, was da steht. Schön, ne? Mensch, guck mal, einen Coyen haben wir auch. Den können wir auch vielleicht mal irgendwo reinstecken. Ich weiß nicht. Einen Wecker haben wir sogar. Können wir damit wach werden? Wow. Alles klar. Wir wollen aber das Ding. Wir wollen das Ding haben. Und ja, mit F können wir, wie gesagt, damit Dinge tun. Und wir wollen, lassen wir eben gucken. Weiß nicht, wo wir anfangen. Auf jeden Fall müssen diese Dinger durch die Ringe, also diese Lichter durch die Ringe gehen. Und wenn die durch alle Ringe gegangen sind, dann haben wir hier fertig. Jawohl. So, guck mal, was da passiert, wenn wir das machen. Und wenn wir jetzt F drücken, dann dreht sich das. Achso, wir müssen das anhalten. Oh Gott. Weiß ehrlich gesagt, nie bis wohin. Dreh sich das noch oder nicht? Ach, ich habe aus Versehen F gedrückt anscheinend. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an. So. Und dann. So, es muss auf jeden Fall durch alle Ringe. Das heißt, es muss da hinten hin, würde ich sagen. Es kann aber, glaube ich, auch kreuz und quer. Ich verlege gerade, ob wir es erst da hinführen. Moment, ist das? Ne, ist das daneben? Warte. Ich versuche einfach mal, ne? In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas richtig mache. Irgendwann. Würde das da hinten... Ne, okay. Würde nicht. Ja, ja, ja. So. Das. Und das würde ich jetzt zu dem anderen da. Du bewegst dich. Sehr gut. Ah, ja. Anders wäre vielleicht schneller gewesen. Aber okay. Das ist gar kein Problem. Sehr gut machst du das. So. Dahin. Guck mal, jetzt müsste es... Genau. Jetzt geht es da durch. Und hier hin. Zu dem. Hier ist eine Wand. Hier können wir nicht durch. Ich würde sagen, wir gehen zu dem da. Geht das? Ja, geht. Okay. War das ein Spiegel? Reflektiert das? Ich weiß nicht so genau. Warte mal. Wir haben noch... Wie viel haben wir noch? Haben wir noch zwei oder noch einen? Ach, hier ist auch noch einer. Okay, dann muss das von da da durch. Da hinten steht noch einer. Machen wir erst mal so. Ja. Ist das Ding kaputt oder geht das auch? Dreh ich andersherum, glaube ich. Weißt du was? Oh, ja. Okay. Geht das? Nein, das geht nicht durch. Aber, warte mal. Das hat doch gerade geleuchtet. Lass mich ja durch. Menschens-Kinderspiel. Ich dachte, es könnte durch dieses Loch durch. Da ist doch ein Loch drin, oder nicht? Doch. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt umdrehen. Okay. Ne. Aber vielleicht... Ach, warte. Wir müssen wehrstellen. Ach, Menschens-Kinder. Ja, genau. So geht das doch. Zack. So geht das. Yay. Jetzt gleich kommt's. Ich mach alles falsch. So. Zack. Puh. Genau, jetzt haben wir's da durch. Und da müssen wir jetzt noch da hin. Weit. So. Da hin. Und das muss jetzt noch durch das andere. Und dann haben wir's doch, oder? Er hat schon freigeschaltet. Gärtner. Gärtner. Nee, Gärtner steht da. Yay. Guck mal, was wir haben. Ein Nummer 1 Bild. Ja, das nehmen wir mit, ne? Was machen wir jetzt hier? Nichts weiter. Können wir auch irgendwie alles aus der Hand legen wieder? Okay. Nein? Ja, und jetzt? Jetzt haben wir das einfach. Anscheinend, ne? Ja, sehr schön. Den Wecker will ich nicht. Kennen wir mal wieder den Stein, bitte. Ach, guck mal. Die Hand können wir doch auswählen. Okay. Ja, aber was ist denn jetzt? Aber jetzt können wir das so lassen, oder? Wir haben ja was gekriegt. Können wir jetzt diesen Zettel lesen? Warte mal. Nö. Da kommen wir immer nicht dran. Ja gut, dann denke ich, wir haben dieses Rätsel, oder? Wir haben ein schönes Bild gekriegt. Ja. Oder? Ja. Dann gehen wir jetzt wieder. Hallo, Leibniz, mein old friend. Da sind wir wieder in der Wüste. Alles klar. Ähm. Ich habe Maps gefunden. Moment, ich greife da mal eben drauf zu. Nicht erschrecken. So. Der Mac. Ja, da. Äh. PC? Danke. Ich habe ein paar Maps gefunden. Die eine habe ich jetzt gar nicht mehr. Für alles, was sie sammeln können. Das steht da nämlich drauf. So. Und da ich das jetzt selber nicht finde, dachte ich mir, es wäre doch ganz schön, wenn ich das hier machen könnte. Jetzt, weiß ich, finde ich aber die Map gerade nicht. Das ist ein Problem. Ich suche die mal kurz, einen Moment. So, ich habe die Map gefunden. Aber irgendwie bin ich dadurch immer nicht schlauer. Ich bin eher wirklich verwirrt. Ähm. Ich glaube, es gibt nämlich noch einen Secret Dream. Also das hier, das, was wir gerade gemacht haben mit dem Garten. Das war einer. Und es gibt noch einen. Und ich versuche jetzt mal irgendwie da hinzukommen. Ähm. Es tut mir leid, ich muss hier gerade irgendwie ein bisschen auf die Map gucken. Weißt du? Was ist das für eine Ecke? Hä? Genau, das ist der. Das ist dieser Traum. Den haben wir jetzt gemacht. So. Und dann müssen wir hier da lang. Dann direkt wieder links. War ich da nicht gerade? Oder? Hier so. Hier war ich doch schon, oder? Und da meinte ich das nur. Oh Gott. Selbst eine Karte funktioniert es dann einfach nicht. So. Das ist dieser Stein. Dieser Fels. Dann gehe ich hier lang. Nee, tu ich nicht. Das müsste doch hier sein. Vielleicht können wir das später irgendwie... Vielleicht müssen wir erst andere Sachen machen, bevor wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht. Was war das? Hm. Aber das müsste hier sein, oder? Tja, gut. Ihr seht die Map natürlich nicht. Aber es müsste eigentlich hier sein, da drin. Da ist aber nichts. Also, gehe ich jetzt mal davon aus, wir können ja nichts anderes machen. Boah. Dann versuchen wir doch einfach mal das Spiel weiter zu spielen, oder? Und zwar... Oh Gott. Habe ich, äh... Von den... Katakomben... Habe ich Maps. Damit wir das hier hinkriegen, weil ich bin leider zu doof dafür. Es tut mir leid. Ich muss jetzt nur irgendwo einen Eingang nochmal gerade finden. Das ist schon schwierig. War nicht hier hinten irgendwo einer? Huch. Irgendwo finden wir schon eins. Gar kein Problem. Alles... Wird der immer leiser, je weiter ich fortschreite in dem Spiel. Was soll denn? Ja, Quatsch. Ach, guck mal, da ist ein Eingang. Dann nehmen wir den einfach. Hui. So. So, da muss ich mal gucken. Das ist, äh, Sand. Ja, ganz toll. Sand ist gut, weil da muss ich jetzt nochmal was gucken. Hier ist ein Schalter. Der ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Okay. Jetzt wurde gespeichert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Schalter umgelegt. Habe ich gerade Licht angemacht? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus diesem Spiel raus. Warte mal. So. Ich habe jetzt meine Map. Weil, sonst finde ich einfach, äh, nicht dahin, wo ich hin muss. Tut mir leid. Ähm, wir gehen jetzt hier lang. Und dann hier lang. Geradeaus, bis es nicht mehr geht. Ah, guck mal. Selbst mit Map. Selbst mit Map funktioniert das nicht. So, jetzt sieht gerade aus. Ja, machen wir gerade. So. Wenn wir da angekommen sind, sollt hier gar nicht eine Ecke sein. Ach, schön. Schön. Ich bin toll. Ich glaube, ich weiß, wo ich gerade irgendwie lang gegangen bin. Das heißt, hier. Nein, ich weiß doch nicht. Vergiss es. Schon vorbei. Wo sind denn die Kabel? Dann folgen wir den Kabeln. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon eine Map und verlaufe ich trotzdem, ey. Es tut mir leid. Ich frage mich immer noch, was ich ja gerade getan habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Geh mal hier lang. Hier ist die Sackgasse. Wo ist die Sackgasse? Da ist eine Sackgasse. So, wenn wir uns jetzt so zur Sackgasse stellen, ne? Ich hoffe, das ist auch die gleiche Sackgasse. Kann natürlich auch die sein. Ne. Dann müssen wir doch hier lang. Und hier lang? Oh, puh. Alles klar. Schön. Oh, ist er raus. So. Jetzt sehen wir nämlich wieder hier. Bevor ich das vergesse, lass uns doch mal gucken, nach der Ach, wo finden wir das denn jetzt? Da ist die Kugel. Da ist die Kugel. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hier so? Vielleicht? Nein. Ich muss bestimmt irgendwo anders ansetzen. Von da aus irgendwie weiter. Hier auch nicht. Wieso? Auch nicht. Nein. Jetzt lass mich in Ruhe hier. Versuch gerade. Placement Bob. Aha. Giftgas. Hier ist das Gift Dingens. Ja, okay. Entschuldigung. Ich weiß, ich bin etwas durcheinander. Es ist aber leider normal hier. Es tut mir leid. Hier so? Nein. Hier. Nein. Hier? War ich hier schon? Ja. Hä? Wieso würde denn da hochkommen? Ja. Nichts aussehen. Entschuldigung. Ja. Gut, dann halt nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was zu lesen. Hab, ne? Ach du je. Jetzt müssen wir das Passwort nochmal eingeben. Warte, ich weiß es noch. Ne? Ne? Dann war das klein. Mann! Ja. Puh. Okay, das hatten wir. Was hatten wir hier? Die E-Mails. Ach, ja. Okay, okay, okay. Operationen einstellen. Ich finde das sehr klein und auf einem schlechten Hintergrund. Aber okay, wir kriegen das hin. Sehr geehrter Dr. Mason, Ihre eigenen, sehr rasch weniger werdenden Mitarbeiter haben zahlreiche auf ihre Forschung bezogene Berichte eingereicht, in denen sie starke Zweifel am aktuellen Sicherheitsprotokoll äußern. mit dem das Projekt im Notfall heruntergefahren werden soll. Bevor ich das Problem um seine höhere Ebene an eine höhere Ebene weiterleite, möchte ich Ihnen kollegialerweise die Möglichkeit geben, mir zuvor ihre eigene Sicht der Dinge zu erklären. Mit freundlichen Grüßen James Precarb. Hier ist alles unter Kontrolle. Die Neulinge sind lediglich etwas verängstigt, was in Anbetracht der Natur meiner Forschung zu erwarten war. Sehr geehrter Dr. Mason, ich fürchte, Ihre Beschwichtigungen reichen in diesem Fall nicht aus. Findest du? Und, ist schön, reichen nicht aus und ich hätte es vorgezogen, die Protokolle persönlich zu überprüfen, bevor ich sie nach oben weitergebe. Ich weiß zwar nicht genau, was sie da draußen eigentlich tun, aber wir können es nicht zulassen, dass sie auf Kosten der Firmenversicherung das Leben ihrer Wissenschaftler und auch ihr eigenes aufs Spiel setzen mit freundlichen Grüßen James Precarb. Sehr geehrter Mr. Sie müssen die Knappheit meiner letzten E-Mail entschuldigen, aber ich hatte vergessen, dass es ja Firmenpolitik und damit vorgeschrieben ist, jede noch so wichtige Forschungsaktivität Knallauffall zu stoppen, um jedem Büroaffen zu Diensten zu sein, dem es an diesem Tag gelang, tatsächlich auf den Senden-Button zu klicken. Ich gebe offen zu, dass unsere aktuelle Abschaltungs- und Rückzugsprozedur etwas langwierig ist. Sie kann aber trotzdem von einem kompetenten Team aus vier Leuten innerhalb von drei Minuten ausgeführt werden. Und wenn Sie mir gestatten, darauf hinzuweisen, das ist eine Zeit, die genau zehnmal schneller ist, als der aktuelle Evakuierungsrekord für das Firmenbüro im Fall eines Brandes. Verstehen Sie mich recht, ich will nichts über das von diesem Büro angewendete System sagen. Aber ich hatte schon lange eine KI-Anwendung geschrieben, die ihren Job für sie erledigt. Hätte, hätte, hätte. So ein fieser Mops. Ich weiß nicht, wer von beiden fies ist, aber einer ist fies, vielleicht auch beide. Zu guter Letzt möchte ich noch auf eines hinweisen. Hätten Sie sich die Mühe gemacht, die Akte über meine Forschungen zu lesen, hätten Sie gemerkt, dass der Sicherheitsbericht entstand, als einer der Mitarbeiter zum ersten Mal in Kontakt mit Nebel gekommen war und dass unsere Forschung danach evaluiert, nicht evakuiert, sondern evaluiert und eines Euclids, was ein Euclid, keine Ahnung, für Wörde gefunden wurden. Sie hätten dann auch gemerkt, dass die Sicherheitsberichte, auf die sie sich beziehen, vor zwei Monaten, vor diesem Zeitpunkt eingerichtet wurden, MFG Dr. Mason. Da hält sich auch jemand für ganz toll. Sehr geehrter Dr. Mason, das Komitee hat beschlossen, sie und ihr Team zur Evaluierung zurück ins Büro zu beordern. Wir erwarten Sie morgen hier in diesen Räumen. Mit freundlichen Grüßen, James Pickard. Fantastisch. Tja, man könnte ja auch einfach mal nett sein, vielleicht könnte das helfen. Achtung, diese Mail wurde als Spam identifiziert. Okay. Auch Spam-Mails müssen gelesen werden. Millionen von Leuten entgegen Ansprüche aus einem 1 Milliarde dicken Rententopf, weil sie sich nicht um die Versicherungspolisen ihrer Renten kümmern. Viele Leute kennen nicht einmal die wahre Höhe ihrer Renten. Und was wirklich schockierend ist, ein Viertel der Leute, die in einem Rentenfonds eingezahlt haben, wissen nicht, wo er ist. Wo ist er denn? Immer mehr Leute misstrauen den Banken und Versicherern, die ihre Renten verwalten. Sie haben sicherlich gemerkt, dass der Rentenmarkt in letzter Zeit ein großes Thema in den Medien war. Die bedeutenden bedeutende Frage stellten bezüglich der Gebühren Hä? Die bedeutenden? Achso, die Medien stellten Fragen. Ja, okay. Und was noch wichtiger ist, bezüglich der Performance von Rentenprodukten. Sie sollten sich unbedingt die Zeit nehmen. Entschuldigung, da muss ich doch mal gähnen. Wir lesen die auch nicht. Wir nehmen uns jetzt nicht mehr die Zeit für eine Spam-Mail, okay? Gewinnen Sie ein Auto. Achtung, die sind da möglicherweise Spam. Okay. Also ist eigentlich nur das sinnvoll zu lesen. Gut. Ähm, hier. Hallo Dr. Mason, bitte geben Sie Ihren Befehl ein. Haben wir gerade nicht Kürzel, weiß ich nicht, Lichtexe. Das können wir, das Lichtprogramm können wir gleich starten. aber genau, zuerst, was haben wir denn für Befehle? Muss ich ja mal ganz kurz, ganz kurz mein Handy rausholen und mir das Foto angucken, was ich gemacht habe. Ne, was ist denn jetzt los? Wieso gehe ich denn so? Containment-Test, überprüft Eindämmungs-Status, überprüft alle aktuellen Menüter. Keine Ahnung, wir machen ja einfach mal alles, oder? Ähm, große und Kleinschreibung sollen wir beachten. Hä? Klar, sehe ich doch hier. Wow. Wieso funktionieren das nicht? Ich habe das doch genauso eingegeben, wie es hier steht. Wieso macht hier kein... Hä? Können wir uns so ausloggen, oder was? Das macht er. L-I-E-H-T E-N-T Alles klar, wir haben keine Befehle, dann machen wir jetzt einfach Lichtexe, fertig. Starten. Activating this program will lock the test subject in the tower Quattacombs until completed. Are you sure you wish to continue? Ja, genau, das sollen wir ja machen, oder? Ja, die können uns fangen. Ähm, wie können wir hier nochmal raus? Oh, so nicht. Äh, so ein Mist. Hiermit? Vielleicht. Ah, das geht. Okay. So, und jetzt hier raus. Alles klar. Huh. So, und wir müssen jetzt irgendwie Lichter ausmachen. 57. Ach, du liebe Zeit. Okay, hier haben wir so einen Plan. Ach, guck mal, hier ist tatsächlich das ist ja das Labyrinth. gut.